Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Die nachfolgende Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die nachfolgende Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die nachfolgende Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Sie denkt, das Teil ist etwas Besonderes. Nein, Ethan. Es ist nicht besonders. Das genau hier ist besonders. Was? Weißt du, Ethan? Nicht jeder will gerne die Zeit zurückdrehen. Was? Was, Evelyn? Ich will es ihm doch nur zeigen. Ich will ihm nur zeigen, dass nicht jeder zurück dahin will, wie es früher war. So ist ein dummes Miststück. Sie versteht nicht, dass ich nicht zurück will zur Zeit, bevor mein Vater dich gefunden hat. Nicht jeder will die Zeit zurückdrehen. Also? Also, Ethan? Ethan? Du kannst, äh... Du kannst so viel du willst unter dem schmutzigen, vergammelten Haus kriechen und nach den Materialien suchen. Aber du wirst dauernd noch mal nichts finden, Ethan. Du willst das Serum herstellen? Oh, Baby. Da musst du an mir vorbeikommen. Hörst du mich? Du kommst schon, Ethan. Was sagst du? Scheiße! 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 Das war's für heute. 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 Du mich auch. Wie du im Leben mit Wiedrigkeiten umgehst, mach dich erst zum Mann, Ethan! Oh, verdammt! Das muss wehtun! Ich muss sagen, dass ich beeindruckt bin! Du bist nicht nur noch am Leben, du hast auch noch alle Finger und Zehen! Ich weiß nicht, was ich dir so sagen soll! Hessag ist tot! Hessag ist tot! Na, er war wohl nicht so nie mein Favorit! Ich bin jetzt bereit. Du hast keine Angst! Wir müssen Dinge aufhören! Deine Angst sind mit ihnen zu spüren, dass es unseres, soليsteikum ist! ein paar Videos, es ist守 представляst, was ich nicht so liefst. Ich so liefst euch hier nicht so, dass ich die Angst um ein bisschen was, weil ich mich nicht so liefst, was ich jubilandveheste der Achtung! Ich suche mich nicht so liefst, was ich nicht so liefst! Wenn mir dein Leben aufhören, dann! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Endlich! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020